Vor zwei Jahren hatten wir einen Studiogast im Studio in Hamburg, Andreas Sidon, der boxste als Schwergewichtsamateur für BC Flensburg in der Bundesliga und verdiente sich nebenbei noch ein bisschen Geld als Thai-Boxer und als Kickboxer. Mit ganz außergewöhnlichen Vita. Er hat in Thailand gelebt, hat dort auch geheiratet, hat dort in Bars als Thai-Boxer gearbeitet. Jetzt ist er Profi-Boxer geworden. Er hat vorgestern in Prag, warum in Prag, wird er uns gleich erzählen, seinen zweiten Profikampf absolviert. Nicht gegen irgendeinen, schon gar nicht gegen Fallobst, sondern gegen den größten und schwersten Boxer der Welt. Das ist verbrieft. Der Mann steht im Guinness-Buch der Rekorde und Boris Puscharski zeigt uns, wie das Ganze ausgegangen ist. Der Ort war eines besonderen Spektakels würdig. Das Luzerner in Prag, ein altes Theater am Wenzelsplatz. Für den ersten Profi-Boxer-Abend seit Jahrzehnten hatten die Veranstalter einen ganz besonderen Kämpfer verpflichtet, Nikolaj Valujev. 2,17 Meter, 147 Kilogramm, 19 Profikämpfer, alle gewonnen, 17 durch Kappen. Viele hielten seinen Gegner, Andreas Sidon, vorher für verrückt, doch Sidon hat schon immer gegen jeden gekämpft. Als Kickboxer brachte er es zum Weltmeister. Weil ein Kickboxer kaum etwas verdient, wechselte er zum Boxen und das erfolgreich. In diesem Jahr ist er mit Magdeburg deutscher Amateur-Boxmeister geworden. Doch nun dies, der erste Profikampf, ausgerechnet gegen Valujev. Niemand wollte mehr gegen den St. Petersburger antreten, außer Andreas Sidon. Er mitleidig betrachtete das Publikum den mutigen, aber scheinbar aussichtslosen Versuch, des Davids gegen Goliath bestehen zu können. Und in der ersten Runde bekam Sidon Valujevs ungeheure Schlagkraft, häufiger zu spüren. Für seine körperlichen Ausmaße ist der Russe erstaunlich beweglich und Sidons Traktik konnte nur lauten, irgendwie durchhalten. Eine Runde, maximal zwei gaben die meisten im Saal dem Deutschen. Doch Sidon verschaffte sich mehr und mehr Respekt, hielt sich Valujev auf Distanz. Die erste Runde war vorbei und Andreas Sidon stand immer noch im Ring. Die ohnehin nicht besonders russlandfreundlichen Tschechen waren jetzt voll auf Sidons Seite. Andreas! 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 Der Kampf wurde immer offener. Für viele unglaublich, Andreas Sidon stand immer noch. Doch was in der dritten Runde geschah, ist wohl einmalig in der Boxgeschichte. Der Ringrichter unterbrach den Kampf, wollte ihn beenden und den Russen zum Sieger durch technischen K.O. bestimmen. Der Punkt war gekommen, an dem das Publikum ausrastete. Keiner verstand die Entscheidung des Ringrichters, nicht Sidon, nicht Valujev und am wenigsten die Prager. Nach mehreren Minuten entschloss sich Sidon einfach weiterzumachen und sein Gegner war dabei. Sie wollten beide wissen, wer wirklich der Bessere ist und keiner konnte sie daran hindern. Frenetischer Jubel für beide im Luzerner, für zwei Kämpfer, die nicht mal mehr der Ringgomb interessiert. Der Mann am Schlagzeug konnte es nicht fassen. Sie kämpften einfach weiter, während der Ringrichter sich selbst für überflüssig erklärte. Drei weitere Runden rang Sidon mit seinem ungleichen Gegner. Am Ende stand Sidon immer noch und hatte es geschafft. Der Kampf ist zwar ungültig, aber er ist der erste Boxer, der in einem Profikampf nicht gegen Nikolai Valujev verloren hat. Es schien für den 2,17 Meter Mann keine Gegner mehr zu geben. Vor zwei Jahren stieg einer seiner Kontrahenten sogar noch vor der ersten Runde bei Valujevs Anblick wieder aus dem Ring. Jetzt hat er jemanden gefunden, der sogar noch ein zweites Mal gegen ihn antreten will. Andreas Sidon. Und jetzt ist er bei uns, der Kleine, Andreas Sidon. Herzlich Willkommen. Was Sie da mitgebracht haben, ist ein blaues Auge. Das haben unsere Maskenbildnerinnen perfekt überschminkt. Aber das ist natürlich gegen so ein, naja, wie soll man das nennen? Ist das ein Mensch? Ist das ein ganz normaler Boxer? Oder ist das ein, weiß ich nicht, eine Mutation? Ist ein Mensch. Ist sogar, ich würde sagen, ein hervorragender Mensch. Wir haben uns kennengelernt, lieben gelernt. Wir haben nach dem Kampf sehr fair eine sehr tolle Party verbracht. Haben in der Menge, auf der VIP-Party, vor, weiß ich nicht, 300, 400 Mann in der Mitte, vor frenetischem Klatschen zusammen getanzt. War Wahnsinn. Sie haben einen Freund fürs Leben. Also Sie schlugen sich und küssen sich sozusagen. Ja, ja, das Boxsport heißt ja nicht, dass man sich nicht danach näherkommt. Man ist ja im Ring, ist man Kämpfer und danach ist man Freund. Das ist immer so. Alle guten Boxer sind danach immer Freund. Hat es das dem Profiboxsport schon mal gegeben, dass der Ringrichter überhaupt nicht mehr zählt, dass der den Ring verlässt, dass er einfach weiterboxt? Gibt es das als Fall in der Geschichte? Ist, sagt man, ein Präzedenzfall. Ist einmalig in der Boxgeschichte, haben so ein paar EBU-Funktionäre, so gesagt. Damit bin ich, oder wir sind damit in die Boxgeschichte irgendwie eingetreten, ist interessant. Gibt es vor so einem nicht. Müssen Sie besonders mutig sein oder besonders verrückt, um sowas zu machen? Nach Prag zu fahren, um gegen diesen Russen zu kämpfen? Ja gut, ich habe sehr spät mit dem Boxen angefangen. Mit 28, glaube ich? Ich habe mit dem Thai-Boxen angefangen, in Thailand wollte ich Trainer werden und bin dann, sehr merkwürdigerweise, habe ich noch den Boxskampf, um mich zu kompletieren gelernt und bin dann ins Kämpfen gerutscht und habe die Freude am Kämpfen gefunden, zumal es mir auch als Trainer irgendwo noch Reputationen gibt für spätere Schulgründung oder Managergründung. Wie alt sind Sie jetzt, wenn ich fragen darf? Jetzt bin ich 36, bin halt sechs Jahre am Boxen. Ich wollte sagen, das ist ja für einen Boxer schon recht alt, aber Sie haben ja jetzt eigentlich mit dem Profiboxen erst angefangen und Sie sind doch sicherlich der Überzeugung, nach der Nummer, die sich herumsprechen wird, auch wenn wir Sie heute exklusiv haben im Sport 3, da wollen Sie höher hinaus. Sie wollen ja gegen ihn zum Beispiel nochmal kämpfen, sicherlich auch gegen andere große Namen. Gegen ihn dies nochmal nochmal kämpfen, sicherlich auch gerne gegen andere Namen, ich hoffe erstmal in Europa, am liebsten erstmal gegen die ganzen guten Boxer, Schwergewichtsboxer, die in Anführungsstrichen guten in Deutschland. Sie gehören keinem Boxstall an, Sie gehören nicht zum Kohlstall oder Sauerland? Ich bin zwar, ich bin leider ohne Management, ich mache alles selber, ich bin also Amateur irgendwo. Haben Sie einen Sponsor wenigstens? Ich habe jetzt einen Sponsor, der hat mich zumindest ausgestattet, hier S&L, das hilft mir schon mal ein bisschen, dass man die Sachen nicht kaufen muss. Weil Sie müssen ein paar hungrige Mäuler stopfen, Sie haben vier Kinder, Familienvater, da muss ein bisschen was ins Haus kaufen. Sind Sie belohnt worden für den Kampf? Hat der Veranstalter noch ein paar Scheine draufgepackt? Ich habe gutes Trinkgeld gekriegt, in Anführungsstrichen, danach noch. Das ist okay. Sie regen sich, ich denke mal zu Recht, oft darüber auf, dass es zu viele Schaukämpfe gibt, wo von vornherein der Gegner feststeht, Sie haben mir gesagt, das ist ja wie beim Catchen, da steht immer eine Menge Fallobst im Ring, wenn Kollegen wie, ich sage jetzt nur mal ein paar Namen, Miklaschewski, Klitsch, Goos, Otko oder so im Ring stehen, stehen Sie da wirklich zu? Da gehört eine Menge Mut zu, das zu behaupten. Ja, ich sage einfach mal, der Boxsport wurde glücklicherweise durch Henry Maske aus dem Keller wieder rausgeholt, ist wieder oben und im Moment geht es ein bisschen runter, was so ist auch mal mit Miklaschewski, Sie sprechen es gerade an, so passiert es gegen Rocky Gianni, war da irgendwo ein Ding, der Russe bei mir war ein Mann, er hat mir die Chance gegeben, weiterzukämpfen. Miklaschewski denkt sich einfach, er merkt nur, ich verliere und macht da einen auf Tiefschlag und wird dafür auch noch belohnt. Ich meine, das wollen wir nicht mehr sehen. Der Boxer ist nicht so. Der wahre Boxer ist nicht so. Der wahre Boxer möchte einen fairen Kampf liefern und diese ganze Management-Geschichten, die da passieren, die schaden dem Boxsport teilweise. Wie geht das weiter, wenn Sie keinem Stall angegangen sind? Bekommen Sie in Deutschland die Chance, einen Profikampf auszutragen? Ich bekomme sicherlich die Chance, ich melde mich selber. Ich hoffe, dass ich vielleicht den Herrn Sauland, der für mich als seriöster Boxpromoter in Deutschland oder Europa nur in Frage käme, dass ich den interessieren kann mit diesem Auftritt und auch einen guten Trainer wie den Herrn Wegner bekomme, um dann im Stall von Stan Ottke zu sein. Und das wäre schön für mich. Sie haben in Prag den Gong nicht gehört, der war vielleicht auch ein bisschen leise, der Mann am Schlagzeug. Ich hoffe, dass Sie die Uhr immer lesen können, dass die Augen nie so blau sind, dass Sie es nicht mehr erkennen können. Dankeschön, dass Sie hier waren. Wir haben nur ein bisschen wenig Zeit gehabt. Das hat uns der SV Werder eingebrockt. Dankeschön, Andreas Zidorn, für Ihren Auftritt. Applaus Vielen Dank.